Ich bringe meine Trollers ab jetzt auch mal mit nach Hause. Machst du doch eh ständig. Ja, zum Vögeln, aber morgens sind sie dann wieder weg. Das haben wir doch bisher immer so gemacht. Mit Chris ist es halt was anderes. He kills with a kiss. Ein Riesenapplaus für Lilly. Was dich so ärgert ist, dass ich ihn im Griff habe. Das hat noch keiner geschafft. Hast du auch nicht dich so gern zum Lachen bringen? Nee, warum? Weil deine Möpse dann immer so lustig rumhören. Ein Bruder, der könnte eine eigene Fernsehshow haben. Das wäre ein richtiger Mega-Hit. Ja, nur leider sehe ich diese Show schon seit über 30 Jahren. Und schon mal gelangweilt? Ich könnte zur Abwechslung durchaus mal umschalten. Wir denken wirklich, dass wir alle Idioten sind. Was wünschst du dir eigentlich zum Geburtstag? Dass du dich wieder mit deinem Bruder verträgst. Morgen bin ich weg. Ja, je früher desto besser. Das ist doch irgendwie blöd. Das ist immer mehr Kerzen, wenn die älteren wird. Ich würde mich gar nicht bringen. Ich würde mich ganz life informieren. Das ist ja, was Sie sagt. Ich würde mich nicht verabschieden, wenn sie nicht verworfen. Ich würde mich verabschieden, wenn sie nicht verabschieden. Das ist ja, was ich. Das war eigentlich in der Lage. Aber das ist egal. Ich würde mich nur noch nicht verabschieden, wenn sie nicht algorithmisch verabschieden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017